herzlich willkommen bei bewusst tv liebe zuschauer ich habe heute jemanden hier harald kautzfeller den ich schon einige male selber mir angeguckt habe im internet weil er ganz viele wichtige dinge zu sagen hat herzlich willkommen harald und was mir ich komme nicht viel dazu so rum zu gucken weil ich einfach die ganze zeit selber am machen bin aber was mir bei dir sehr angenehm aufgefallen ist das ist dass du nicht so monokausale lineare ketten von dir gibst sondern das vernetzte geschehen mit vielen ursachen und vielen schichten es gibt nicht immer nur einen bösen der alles böse macht und sondern es sind ganz viele zusammenhänge und wenn jemand das auch so sieht bin ich immer begeistert und da gleichzeitig das was du zu sagen hast speziell über geoengineering chemtrails und so weiter zum einen ja schon eine gewisse verbreitung gefunden hat zum anderen aber auch wirklich harter tobak ist habe ich gedacht ist es doch gut wenn wir jetzt noch mal darüber reden nicht nur was ist sondern auch wie geht man eigentlich mit diesen informationen um ohne sich ins boxhorn jagen zu lassen harald wie ist das für dich du redest ja viel über chemtrails und so hast du das gefühl dass den leuten angst macht was du sagst kommt kommt vor dass es gar nicht geht dass ich irgendwo eingeführt werde mit leuten rede und nach zwei minuten mag ich wie die augen abschweifen und den leuten ansatzweise übel wird oder sie weg rennen möchten oder sie eine gewisse portion aufnehmen können und dann einfach sagen so schnitt ich kann nicht mehr ich will nicht mehr was ich auch total verstehen kann weil ich bin aber zwei jahre reingewachsen habe zeit gehabt mich dran zu gewöhnen habe es auch prüfe finden entdecken verstehen lernen können und es hat alles menschlich so auf der anderen seite sehe ich natürlich auch unterschiede es gibt leute die ticken so und es gibt welche ticken anders manche leute glauben ihrem eigenen urteilsvermögen ihrer eigenen wahrheit denen ist es egal was die nachbarn sagen und wenn es denn lebenswichtig für die zukunft erscheint dann gehen sie auch mal über ihre soziale existenz rüber und sagen das muss jetzt also wir machen dinge weil dinge getan werden müssen nicht weil es uns morgen deswegen besser geht sondern weil es um generationen geht und keine ahnung nehmen wir schönes beispiel gerade jemanden gehabt in der öffentlichen anstalt die viel mit wetter radar bildern umgehen auf täglicher basis alter bekannter wieder getroffen und diese hey sag mal wir sind das wie geht ihr mit diesem kentrell thema um und meint der typ wir lachen darüber ich meine wie ihr lacht darüber meinte ja wir gucken uns jeden tag den wetter radar an vergleichen das ding mit den satellitenaufnahmen legen das übereinander dann kann man genau sehen da gibt es halt die langen trails und die haben eine eindeutige metallische reflektion im wetter radar und dann gibt es die kurzen sie bestehen aus wasserdampf und die reflektieren natürlich nichts und den ist das allen völlig klar prima wir bereiten eine klage vor ja können wir dich als kronzeugen laden nein ja warum angst mein job geht flüten ja kannst du mir denn nennen irgendwie von einem vorgesetzten jemand den wir als zeugen vorladen können wir lassen deinen namen auch außen vor nein von denen würde keiner was sagen die haben alle angst so und dann denke ich mir hey wo leben wir ist die diese ganze demokratische landschaft die uns hier vorgegaukelt wird ich meine ich stecke da drin lange genug um sagen zu können das ist ein gaukelei die wir hier erleben aber die leute gaukeln freudig mit weil einfach diese bubble in der man das schwebt viel angenehmer ist sie bringt einen nicht nicht an den punkt wo jetzt handlungsbedarf wäre und das morgen ist einem halt näher und das soziale eingebettet sein da muss noch einmal man kommen sagen verschwörungstheorie und dann auch ich habe angst in die ecke gedrängt zu werden und da distanziere ich mich dann sofort und das ist einfach die 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 front die steht relativ eng und ich könnte jetzt in deutschland irgendwie fünf sechs leute benennen die ich kenne die dann wirklich die konsequenz haben zu sagen wir machen was wir sprechen öffentlich und dann wiederum ist die reaktion andersrum total total süß ja dann gehe ich raus und dann sage ich die dinge so wie sie erfahren habe wie ich sie sehe und plötzlich wissen die das alle ja plötzlich kommen die leute die mich vorher noch am liebsten rausgeschickt hätten nämlich zeitlichen arm und meinten hey pass gut auf dich auf dass ich mich umbringen also irgendwie scheint das total im konsens drin zu sein dass wir eigentlich wieder 33 angelangt sind wo leute die unbequem sind einfach einen kopf kürzer gemacht werden jeder weiß es in der empathie ja aber keiner handelt so wie man handeln müsste um das ding mal anders laufen zu lassen also woanders abzubiegen und den umständen zu begegnen bevor es kein zurück mehr gibt genau und ich bin ja in anderen aspekten meines lebens auch mit dem thema schule beschäftigt meine kinder gehen ja nicht zur schule und sind auch nicht gegangen und wir lernen ja auch sehr gründlich dass man sich nicht wehren kann und dass es so läuft als du jetzt gesagt dass jeder akzeptiert eigentlich dass man eben kopf kürzer gemacht wird wenn man unbequeme dinge sagt auf die wir gleich noch kommen auf die unbequemen dinge die du speziell jetzt zu sagen hast es wird uns auch in jeder in jedem krimi in jedem thriller vorgeführt in allen serien dass man einen kopf kürzer gemacht wird dass auch die die polizisten halt mal mein gott es ist nicht erlaubt aber es muss jetzt sein diese grenzen werden ja total in unseren köpfen auch die ganze zeit aufgeweicht und es brennt ja an allen orten ganz bewusst tv ist voll mit lauter schrecklichen sachen die passieren und die jetzt alle ans tageslicht kommen und immer bei jedem thema hat man das gefühl oh man aber das alleine würde eigentlich schon reichen ja und dann gibt es aber ja noch ganz viele andere themen das was du zu sagen hast und was du ja auch schon sagst wir werden das dann auch die links dann bringen müssen hier nicht noch alles noch mal erzählen aber fast doch bitte jetzt das was du rausgefunden hast in bezug auf wolken die merkwürdig sind und anders als früher zusammen denn wenn man über chemtrails redet kommt ja als beliebtes argument von derjenigen die sich eigentlich dem nicht stellen wollen immer ja aber jetzt sagt mir doch mal warum sollte das denn jemand machen und du weißt da einiges darüber warum mehrere leute und schichten mehrere gründe haben bitte sehr okay ich versuche das meine ebenen aufzulösen weil es auch wirklich in ebenen gedacht wird es gibt gruppierungen die leben in ihrer eigenen bubble die wissen vielleicht von den anderen ebenen gar nichts und agieren entsprechend ihres wissensstandes und arbeiten in irgendeiner form verflochten zusammen und das ist teilweise einfach so wie es ist und teilweise ist auch meine manipulative absicht hinter also wenn ich wenn ich mal von ganz oben weg gehe es gab mal umweltprobleme die waren in 80er jahren klar auf einen plan da wusste man dass die viel der schwefel und flur und brom aus treibstoff zusätzen den himmel vernebelt hat und dass uns das ein treibhauseffekt verschafft hat und da gab es umweltwissenschaftler die sagten müssen wir was gegen unternehmen und kamen der jim felds war das von oak ridge laboratories da kam irgendwann auf die idee lassen sie doch titanendioxid in treibstoff mit reinpacken um den schwefel und im flur vor allem den flur an titanoxid zu binden dann ist er nicht so giftig wenn er runter regnet lässt er die böden heile und zerstört die ozonschicht nicht wenn er schon im himmel gebunden wird das waren eigentlich die anfänge im wissenschaftlichen bereich von geoengineering gedankengut und in der zeit ging es noch um reale probleme da ging es eben um die flurchen also die die halogenide in der luft und was sie machen da ging es vielleicht darum dass böden zerstört werden und wir probleme im wasserhaushalt vom planeten haben und vor allen dingen war das mittel zum wärmen also schwefel einbringen hat geheizt so dann kam irgendwann diese politische agenda auf den plan mit klimapanik von von der al-gore fraktion die eigentlich nichts anderes wollten als ein steuersystem für die eine weltregierung zu etablieren was auf co2 abgaben basiert also haben sie panik geschrieben aber mit umgekehrten vorzeichen plötzlich waren es die schwefel die kühlen und nicht die heizen ja das heißt wir haben im prinzip einfach mal die komplette war wissenschaftliche wahl umgedreht und propagieren methoden die a überhaupt gar nicht umgesetzt werden wie wenn sie umgesetzt werden würden würden sie das problem nur verschlimmern ja das ist halt eben dieses dieses klassische geoingenieren wo man drüber liest aus offiziellen quellen dass sie planen eben schwefel auszubringen um zu kühlen was wissenschaftlich verleber humbug ist weil das bewirkt das gegenteil jeder weiß wenn ich halt nebel am himmel habe und zugezogenen himmel dass der planet nachts nicht auskühlen kann und der effekt ist in der regel stärker als das bisschen sonneneinstrahlung was dann halt nicht durchkommt die temperaturunterschiede werden geringer aber insgesamt ist eine nebelbank oben drüber wie eine wolldecke die ich mir nachts über das über den körper leger das wärmt das sind zwei schichten ja so also die 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 nächste lage ist der politische missbrauch des themas da werden milliarden in propaganda und forschung gesteckt eben um ein steuersystem weltweit zugunsten der internationalisten unter eine weltregierung zu etablieren und uns alle wieder zu sündern zu machen zu klima sind genau das ist so ein bisschen der ablass handel wieder katholische kirche mal die schuld verkauft hat oder zurückgekauft hat können wir unsere klimaschuld da zurückkaufen und da muss man noch mal reingucken wie diese gruppierungen agieren also wenn wenn die die nutznießer von dem system in afrika irgendwelche co2 rechte handeln wollen dann werden da schon mal söldner armeen irgendwelche dörfer reingeschickt dann werden die abgefackelt die bewohner vertrieben dann verbrennen die kinder die zurückgelassen sind in den hütten und dann wird da halt aufgeforstet und da kann ja jemand mit dem klimazertifikat eine millionen verdienen und allein der die die brutalität und der zynismus mit der dieses geschäft betrieben wird zeigt wessen kind es ist da geht es nicht um die tun der mensch etwas gutes reines machtinstrument das war die dritte ebene oder das ist noch die zweite das ist die politische ebene missbrauch des themas in dem kontext wir errichten eine eine ökonomische weltherrschung das betrifft steuersystem die ökonomie so die dritte ebene darunter ist die militärische irgendjemand muss das ja machen offiziell wird es ja nicht gemacht aber gleichzeitig haben wir eine riesige militär apparate die sowieso mit flugzeugen unterwegs sind und es gibt militärische anwendungen von den gleichen partikeln oder ähnlichen partikeln wie sie in der klimadebatte diskutiert werden da geht es dann um barium strontium titanat und monokristalline aluminium oxyd nanopartikel beides und diese beiden dinger zusammen das barium strontium titanat ist piezoelektrische spuckt auf funkbefehl elektronen aus und dieser dieser aluminium nanopartikel die sind wie so weihnachtsterne die haben spitzen in alle richtungen whisker nennt man das und die halten diese ladung wunderschön an den enden von den dingen und damit kann ich halten lieben gott spielen im himmel in jeder hinsicht ich habe damit die möglichkeit dreidimensional radartechnik laufen zu lassen das heißt ich habe meine 3d battlefield monitoring im englischen also einen dreidimensionalen radarschirm genau weil die luft reflektiert die luft selber dient als reflektiver hintergrund und damit kann ich halt punktgenau in den raum gucken ist diese militärische ebene die ebene wo auch harp ins spiel kommt oder ist das noch genau habe wäre also habe ist jetzt nur ein frequenzbereich das ist die mikrowelle die hat harpe selber hat eigentlich nur die funktion dieses technische platz partikel plasma in ein optisches labyrinth zu verwandeln also ich kann luftschichten aufheizen mit harpe und erzeuge spiegel wie fata morganas hängen die dann als luftschicht irgendwo und ich kann säulen hochheizen und dann erzeuge ich optische linsen systeme wo ich funkwellen wieder fokussieren kann nach hinten das sind die offiziellen militärtechnologien dann gibt es noch die inoffiziellen die man eben mit diesem partikel plasma auch machen kann also raketenschild spielt noch mit rein dass ich halt eine rakete mit dem laserstrahl nicht vernichten kann wenn du musst du sie nur verspiegeln dann wird er reflektiert aber wenn ich vor der rakete die luft hochheizen kann dann verglüht die rakete halt damit habe ich raketenabwehr ist der programm das ist die ebene die auch in den mainstream ab und zu panorama und ja also in den militärforen wird da relativ offen darüber diskutiert aber eben als militärtechnik nicht als geoengineering nicht als klima maßnahme sondern das sind einfach nanopartikel die sind in keinster weise geprüft auf bioverträglichkeit die sind überhaupt nicht bioverträglich das ganze pflanzenreich macht die grätsche darunter weil diese partikel eben optisch hoch aktiv sind und genau die zellteilungsimpulse in der biologie also die zellkommunikation die ja auch der zellteilungsimpuls bleibt einfach weg weil bevor eine dna einer anderen das signal schicken kann bitte teil dich mal ist da immer irgendwo nanopartikel zwischen der genau da seine absorptionslinie hat auf der frequenz und das heißt wir werden das pflanzenwachstum immer weiter verlangsamen und das geht dann sehr abrupt auf null wenn man nicht aufhören mit dem mist und die militärs ich weiß nicht ob denen das egal ist oder ob die sagen wir haben dann den jahren prozess und haben immer noch zeit aufzuhören der prozess ist nicht linear wenn kein licht mehr durchkommt ab der und der menge ist exodus dann wächst nichts mehr auf dem acker weder essen bäume gehen schon in großen strecken kaputt also in alaska wo sie am längsten dabei sind diese methoden anzuwenden wegen der luftraumüberwachung von von nordamerika da sind teilweise 80 prozent der baumbestände tot so das erwartet uns überall wo die militärs machen es es gibt ja diese massenträgheit im denken dass man eigentlich weiß fukushima dies und das aber irgendwie ach naja jetzt erstmal frühstücken und wird schon oder gibt es noch eine schicht waren das jetzt die drei levels ja es gibt eine schicht in der die militärs wollten das eigentlich nicht angefangen hat die sie mit der technik und irgendwann hatten sie nicht genug sprüh kapazitäten wahrscheinlich weil sie wieder drogen hin und her fliegen mussten irgendwo für ihre black op finanzierung und dann sollte halt die navy mit rein ja und die navy hat sich geweigert die wollte das nicht und dann hat sich halt der general der eben ganz oben bei der navy stand kurzerhand mit zwei schüssen in die brust selber das leben genommen offiziell wann war das mitte der neunziger 96 glaube ich habe ich habe das datum nicht genau im kopf also das war bevor sozusagen das sprühen in den staaten flächendeckend wurde also die finger an 93 94 fing das an und irgendwann paar jahre später waren das nicht nur ausgewählte bundesstaaten in hawaii war das erste dann waren das ausgewählte bundesstaaten in den usa und dann sollte irgendwann flächendeckend gemacht werden und dafür brauchten sie die navy und die navy wollte nicht also ist der general mal kurz gestorben das heißt da ist eine ebene drunter die aus anderen gründen dieses ding forciert und die ebene da geht es eben um geheimdienst technik um smart das um was ist smart das smart das sind intelligente nanopartikel die zum beispiel per funk bewegt werden können also ich könnte jetzt mal das in ein gebäude hinein manövrieren wenn ich das möchte durch entsprechende feldphysik und die komplexe funktionen übernehmen können also mir jetzt persönlich bekannt sind sind zwei komponenten das eine ist ein nanothermit der sich automatisch langfristig in den lungen von allen lebewesen anreichert und wenn mir jemand mal unbequem wird dann drückt jemand anders ein knopf und dann fängt die lunge von innen feuer oder der mensch explodiert weil das hat glaube ich 10.000 10.000 fache sprengkraft von tnt nach nasa papieren und das haben wir bereits alle das haben wir alle erkenntnis nach ja ich habe das jetzt noch nicht überprüft aber jemand meinte mir in usa kommt schon mal vor dass irgendein vogel zu nahe einem handymast vorbei fliegt und dann einfach signale rein kriegt die das aus versehen durchzünden und dann reichen zwölf feuerwehrleute nicht aus um den vogel wieder zu löschen also dass ich wird schon deutlich warum deinen zuhörern dann manchmal die augen gestillt stehen ja das ist okay das ist der eine part der andere part da geht es um überwachung und bewusstseins kontrolle das sind technologien die sind bekannt aus dem bereich des transhumanismus also es geht in erster linie darum im transhumanismus eine schnittstelle zu schaffen zwischen mensch und computer in der propaganda sieht das unser aus wir wollen euch allen echtzeit zugriff auf google kriegen ohne dass ihr ein internetanschluss braucht und in der realität ist der zugriff aber andersrum nicht dass wir die technik kontrollieren sondern die technik soll uns kontrollieren und wer kontrolliert die technik die uns kontrolliert auf welcher eben ist das angesiedelt sind das auch menschen oder ich verliere jetzt so ein bisschen die orientierung das ist in erster instanz ja ja so ein konglomerat aus hochfinanz und den teilen der unu die die hochfinanz kontrolliert man die unu ist ja gegründet worden von diesen klienten von diesen klientel also die ganze finanzierung genau und das werde alle ein bisschen demokratisch mitquatschen dürfen das ist eigentlich mehr lästig manchmal übernimmt das auch überhand und dann ist die unu vielleicht auch mal ein demokratisches instrument aber letztendlich soll sie ja eine eine weltregierung später mal beherbergen und diese eine weltregierung auch im steuersystem das ist die obere ebene und sie brauchen natürlichen geheimdienst und das sollten wohl ein geheimdienst werden der jede beliebige armee einfach tot umfallen lassen kann oder halt auch einen einzelnen dissidenten und wenn ich nicht richtig verstehe ist der punkt dass das machbar ist schon lange erreicht über diese nanopartikel politisch noch nicht technisch ist das alles einsatzfähig na gut politisch wird ja jetzt schon salonfähig gemacht dass einzelne machthaber wie man sie dann nennt gezielt ausgeschaltet werden und getötet werden aber noch mit moderner technik konventionell mit schüssen und so und demokratischen methoden die sind schon lange am werk ist nicht die frage aber diese technik wird dafür noch nicht eingesetzt was wohl daran liegt dass die jungen sich noch nicht fest genug im sattel fühlen und wenn sie jetzt ihr wahres gesicht zeigen dann könnte die unu ja noch demokratisch zum beispiel den urnsicherheitsrat abschaffen und dann wäre es aus das spiel oder sagen hey wir wickeln diese ganze internationalisierung wieder ab keine nordamerikanische union keine eu mehr weil da sitzt das klientel ja ich muss mir nur angucken diese diese ganze geheimdienst technik das ist ja nicht geheim also die technik wird ja auf öffentlich annoncierten kongressen beworben besprochen gehandelt vorgestellt und dann muss ich nur meine teilnehmerlisten reingucken und dann weiß ich wer da mitspielt und noch mal zu der technik selber also die in der transhumanistischen forschung gibt es technik die dazu da ist die schnittstelle zwischen funksignal und dna lichtkommunikation zu kontrollieren und das sind im transhumanismus sind das plasmoide antennas also plasmoide antennen hohlfasern die innen drin eine fluoreszierende flüssigkeit haben die auf der einen seite ein funksignal aufnimmt und in licht verwandeln kann und aber auch licht aufnehmen kann uns in funksignal verwandeln kann sag mal dazu in welcher dimension sind diese antennen für spinnenfäden ok von der von der dicke her also die transhumanisten nehmen carbon nanotubes also karbon hohlfasern die sind im bereich von 20 30 molekülen im kreis gesponnen dann hohl also sehr sehr feine sachen und das andere nennt sich dann hexagonal plasmonic photonic crystal das sind so ähnlich wie fasern mit sind farbstoffen gefüllt sein können sind das hexagonale geschichtete plättchen transparente plättchen und zwischen den platten bilden sich dann diese farbstoff schichten und diese noch viel besser kontrollierbar in der frage welche frequenz möchte ich denn jetzt von funkwelle in dna lichtkommunikation verwandeln und die schnittstelle jetzt zum smart das ist nicht so dass die jede menge technik vom himmel schmeißen alles was vom himmel schmeißen sind die farbstoffe und eben fasern von einem bestimmten pilz der auf eine quasi natürliche art und weise die anderen bauteile in der biologie stellt nämlich das mycel wenn es abgestorben ist bildet die hohlfasern und die sporenkörper bilden diese kleinen hexagonalen kristalle und wenn körper einmal damit durchseucht ist dann habe ich halt diese schnittstelle etabliert das ist nicht so ich meine die schnittstelle maschine mensch und was ist das ziel dabei was ist denn vorteil gegenüber ich kann mir das vorstellen oder oder man kann sich das vorstellen wie ein tape recorder ich nehme zwei menschen erzähle dem einen übrigens irgendwie deine mutter ist eine dann kriegt der einen totalen rappel innen drin wird wütend und dann muss ich nur quasi die wut die sich in seinem körper in funksignal verwandelt mit einer antenne einfangen auf band spielen oder digitalisieren so dann nehme ich das als digitales signal und schicke das auf einen anderen menschen dann wird er wütend obwohl ich dem gar nichts vor der mutter wird genau der film in ihm stattfinden ist es ist ein perfektes instrument aufstände zu triggern zu kontrollieren also einfach massenpsychologie zu zu betreiben und es gibt interviews mit leuten die in den testprogrammen drin waren wo sie diese technik durch getestet haben sind die auf youtube kann man die finden ja ja da was für stichworten also ein teil ist in den super soldier summit davon aber ich überlege ich suche nach das wird jetzt eingeblendet genau das war eine andere andere plattform aus den staaten wo zeugen ausgesagt haben die in diesem programm drin waren und das ging bis hin zu zu wirklich eingespielten traum sequenzen und erlebnis sequenzen wie eindeutig dann nicht die eigenen sind also medial veranlagte leute auch genau die ja also das ist etwas was ich auch schon oft von vielen leuten gehört und auch selber schon erlebt habe dass ich aufwache und denke also was war das denn jetzt für ein film und was sind das jetzt für gefühle und wo ich merke wenn ich mich dann wirklich sozusagen mit meinem inneren licht verbinde dann dann kann sich das nicht halten das ist ein ganz wichtiger punkt denn wir bekommen jetzt schon wir haben uns vorgenommen nicht so lange zu reden sondern lieber noch ein zweites interview zu machen über dieses thema mit diesen spinnweben und anderen bösen dingen damit die leute auch gucken also ich merke wenn ich mit diesen dingen konfrontiert bin das was du erzählst klingt auch ganz stark ja an in schöne neue welt wo eben dann auch diese unwiderstehlichen stimmen erklingen die sofort die emotionen in die richtige richtung kanalisieren wie gehst du damit um mit diesem ganzen wissen was jetzt für viele leute ja doch sehr erschreckend ist und unseren gefühl von ohnmacht erst mal auslösen könnte also ohnmächtig sind wir überhaupt nicht weil das system hat ohne ende schwachstellen und man muss einfach die erkenntnis zulassen okay da gibt es jemanden der versucht das okay ja schlucken durchatmen weiter gucken und wir haben halt eine ganze weile jetzt dran rum geforscht wie man diese pilzinfektion die wir ja alle eigentlich latent in uns tragen es gibt bestimmte rahmenbedingungen da wird das schlimm es gibt andere rahmenbedingungen da ist das sehr glimpflich und dürfte eigentlich auch auf der bewusstseinskontrolle keinen einfluss ausüben weil einfach zu wenig von dem zeug im körper überleben kann und das ist einfach eine frage des chemischen milieus im körper und wir haben eine reihe von vorerkrankungen identifizieren können die das chemische milieu im körper so weit kippen dass diese modelle uns überhaupt fuß fassen können und wenn man die austherapiert was wiederum sehr sehr einfach ist also das ist noch nicht mal therapie in dem sinne es ist einfach eine pflege des milieus über bestimmte mittel die jetzt entwickelt sind die demnächst auf den markt kommen also die firma bio pure man das sagen darf hat sich bereit erklärt die herstellung den vertrieb zu machen da findet man das dann da machst du jetzt schon heftig werbung für das nächste interview ja okay also wie gehst du mit diesem wissen du bist lösungsorientiert zum einen und zum anderen wie gesagt eben auch diese bewusstseins inhalte was gebraucht wird ist ja auch ein gewisses unterscheidungsvermögen oder wie wie ist das hast du manchmal das gefühl hey jetzt möchte ich aber gerne meine eigenen gedanken denken ich denke sowieso meine eigenen gedanken ja also das heißt geht nichts darüber selbst zu denken und sich darin auch zu stärken und zu üben und und zu üben sich von dieser von dieser stetigen schleichenden fremd beeinflussung sozusagen dem sein eigenes entgegenzusetzen oder es gibt ja unterschiedliche qualitäten bei den menschen ich weiß nicht der kern denn ich glaube der wichtigste kern wenn man es jetzt um die seele und um die pflege der seele geht ist die angstfreiheit ja wenn ich wenn ich anfangen in angst zu gehen wegen einem thema oder einer bedrohung er hat es das sind die klassischen täter-opfer-beziehungen die stehen in verbindung über halt die seelen verknüpfung oder wie man es nennen möchte quantenversonanz und ziehen sich gegenseitig an und wenn man nicht in angst gerät sondern einfach angstfrei bleibt und in liebe bleibt dann ist man einmal komplett gefeit davor dass einem irgendwas passiert das sind das sind also nach meiner erfahrung gesetze die sind stehen höher hinter höher als jede weltliche macht die da mit bewusstseinskontrolle oder waffengewalt oder anderen schwierigen methoden irgendetwas bewegen möchte wenn ich niemand habe der in die opferrolle geht dann wird es um den täter einsam ja und er kann sich nur noch selber betrachten und und die der einzige weg jetzt wirklich um das problem kollektiv aus der welt zu schaffen ist dass wir aus der opferrolle herausgehen das heißt dass wir sagen hey wir wollen das nicht ja ich sage immer wenn ich mal so einen typen erwische der mit dieser kontroll man sich in die entsprechenden positionen befördert hat wir brauchen niemanden der uns vor terroristen beschützt wir brauchen nur jemanden uns vor euch beschützt weil ich will das nicht so dann bin ich erst mal im ersten schritt aus der opferrolle raus und der zweite schritt ist der glaube ich wovor die leute viel mehr angst haben als vor dem ersten ich muss sagen hey wenn die gehen wenn die die über mein leben immer bestimmt haben und immer die geschicke in dieser welt geleitet haben auch wenn es die absolute hölle war völlig wurscht ich lebe ja noch ja wenn die gehen dann muss ich ja in die verantwortung ja dann muss ich zeigen dass die bessere welt die ich eigentlich haben möchte dass du auch funktioniert beziehungsweise damit die gehen muss ich jetzt schon anfangen anstatt immer nur auf das zu starren was sie schon wieder mit uns machen die bessere welt zu erschaffen in meinem persönlichen täglichen umfeld in dem ich die neuen dinge tue ich muss mich das trauen genau ja und das ist muss ich trauen es zu wollen ja und dann werden die bedeutungslos das ist ein sehr schöner und sehr wichtiger satz das habe ich gehofft oder eigentlich hatte ich den eindruck das sehen wir ähnlich sonst könntest du auch diese arbeit nicht tun denn wenn man wenn man sich von der angst bestimmen lässt dann dann verkriecht man sich einfach und dann dann ist man ja ist man einfach anfällig dafür ja also angst ist ein das zweite ist die geschichte mit der dualität wenn ich die als meine feinde betrachte dann betrachten die mich als ihren feind ja und also das mit david und goliath das ist eine legende ja ich denke mal david hat eine auf die mütze gekriegt weil so ist es im weltlichen ja weil solange david in diese dualität gegangen ist wenn er jetzt gesagt hatte goliath der brauche eine therapie der ist so gewalttätig in seinem wesen irgendwie ich kann so einen kranken soziopathen doch nicht in der machtposition lassen und ich kümmere mich um diesen armen menschen ganz liebevoll das hat eine ganz andere qualität ich würde jetzt niemals sagen da gibt es halt die die sind sind unsere feinde und die müssen jetzt irgendwie weggesperrt werden die müssen von der machtpositionen weggeführt werden und dann muss man denn sagen hey leute ihr braucht hilfe gut von den machtpositionen kommen werden sie ja schon weggeführt indem wir ihnen die macht nicht mehr geben ich meine gerade die macht der banken lebt ja davon dass wir alle diese macht ihnen auch geben die die banken haben so lange macht wie wir ans geld glauben also das ist ein fundamentales ding das ist das ist zu knacken das wird geknackt werden aber das dauert noch einen moment aber da muss schon was passieren bevor das geld endgültig gehen darf ja weil ich muss einfach zu sehen dass die leute die geld missbräuchlich einsetzen dass denen an der stelle das nicht erlaubt wird und mein gott wir haben alle gesetze der welt die wir brauchen wir haben nur keinen der sie umsetzt ja und wir selber setzen das auch nicht um denn solange wir daran glauben dass ich also solange im grunde die ethik der kleinen leute sich nur dahingehend unterscheidet von denjenigen die diese banken beherrschen und die im übrigen auch all diese dinge tun das geringere intelligenz und technik damit verknüpft ist aber eigentlich selber gerne renditen von was weiß ich wie viel zig prozent haben möchte so lange kann sich das ja nicht ändern sondern wenn wir sagen wir brauchen das nicht wir wollen anders leben und das ist einfach dieser punkt der der so wichtig ist und wo wo du ja am anfang unseres gesprächs auch gesagt hast das ist eigentlich das wo es im moment auch noch am meisten hapert denn das lernen wir nicht wir lernen es nicht in der schule wir lernen es auch so nicht sondern es ist ein allmählicher prozess dass man dass man merkt mensch ich kann ja eigentlich selber gehen und selber denken und mir fällt gar nicht der himmel auf den kopf wenn ich das tue sondern im gegenteil das ist das wovor die leute die die ganze zeit davon leben dass ich das mich nicht traue am meisten angst haben und ich denke das ist irgendwie das ist eine haltung mit der man diese erkenntnisse aushalten kann und tun kann was nötig ist ohne sich von diesem entsetzen lähmen zu lassen wie kann man so etwas überhaupt tun so dass das ist einfach dieser punkt harald ich danke dir ganz herzlich und es wird ja noch ein anderes interview geben wo wir speziell auf diese sachen die du schon angesprochen hast eingehen werden mit der morgelonischen krankheit und wie das eigentlich mit den chemtrails und all diesen dingen zusammenhängt dankeschön so